Ja, liebe Leute, so schnell hätte ich nicht gedacht, dass ich wieder ein News-Video mache. Ich wollte jetzt in der nächsten Woche ein bisschen was zusammenfassen. Aber heute sind überraschend die ersten Bilder von der Creator Ritterburg quasi offiziell erschienen. Und deswegen müssen wir auf jeden Fall darüber reden. Ich kann jetzt schon sagen, ich freue mich wahnsinnig. Es gibt wieder ein Ritterburg, es gibt wieder Ritter. Ich bin voll drin. Ich werde sie mir sehr zeitnah zum Release kaufen. Die Bilder habe ich übrigens von JB Spielwaren. Offiziell, die Website werde ich euch dann nochmal unten verlinken. Könnt ihr selber dann nochmal gucken mit den ganzen Details und alles. Aber jetzt würde ich sagen, gucken wir uns mal ganz kurz die Bilder an. Hier haben wir erstmal das offizielle Boxart. Natürlich steht die Teilenzahl nicht drauf, da kommen wir aber gleich nochmal zu. Ich habe ein paar Infos kurz zusammengefasst unter dem Bild. Aber man erkennt schon, es ist angelehnt an die Black Falcons Fortress, die 6074 ist. Ich werde wahrscheinlich ein Bild nachher nochmal dranhängen. Und man erkennt schon, es sind gebaute Tiere. Es sind auf jeden Fall die Falkenritter dabei, auch aus der mittelalterlichen Schmiede. Es ist ein Drache dabei, es sind Vögel dabei, es ist ein Rabe dabei, Hühner. Ich bin nicht so ein Fan von diesen gebauten Tieren, muss ich sagen. Aber es ist ganz nett. Also der Hauptgrund, warum man dieses Set kauft, sind natürlich die Ritter und die Burg. Also die Minifiguren und die Burg. Deswegen sehe ich das jetzt nicht so als großes Problem. Es ist ja immerhin noch die Creator-Serie und da gibt es keine Formteile. Das ist einfach so. Und wir haben ca. 1500 Teile. Wir haben, wie gesagt, vier Minifiguren, wobei einen Skelett ist, also im Prinzip drei. Das ist ja so ähnlich wie beim Piratenschiff damals gewesen. Und halt die Tiere, die gebaut werden. Und dann ist, wie gesagt, Geschmackssache von der Farbgebung und so. Dieses Blau-Gelb, das erinnert mich halt auch schon an diese klassische Ritterburg. Finde ich extrem cool. Wir haben aber auch noch ein Bild von der Rückseite der Burg. Und diese Rückseite zeigt uns natürlich die Alternativbilds. Und die zeigt uns auch etwas, von dem ich nicht wusste, dass es oder nicht sicher war, dass es funktioniert. Denn man kann diese Burg zusammenklappen. Also, ich habe es natürlich gehofft. Diese Burg ist so auseinandergeklappt, aber es sah so aus wie so eine Kulisse. Diese Burg lässt sich aber zusammenklappen. Das ist schon mal sehr, sehr cool, wie ich finde. Der Turm oder dieser Wachturm oder was das sein soll, der spricht mich persönlich jetzt nicht so wirklich an, muss ich sagen. Da, weiß ich nicht. Also, wenn ich mir das Z4 mal kaufe oder so, dann werde ich wahrscheinlich niemals diesen Turm bauen. Aber dieses Mauerstück mit der Windmühle, das finde ich schon auf jeden Fall ziemlich cool. Aber auf jeden Fall die Hauptburg, auch was man im Innenleben hier schon sehen kann, quasi von der Rückseite, wo man auch sehen kann, dass sie zusammengeklappt wird. Finde ich auf jeden Fall auch ziemlich, ziemlich, ziemlich cool. Ich freue mich riesig drauf. Und ich finde auch der Preis, 1500 Teile für 100 Euro. Das Set wird ja noch rabattiert werden. Es wird auch 20, 30 Prozent Rabatt darauf geben irgendwann. Und dann ist das ein richtig guter Deal. Also, dann kriegt man 1500 Teile für vielleicht 70 Euro. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Burg erfolgreich sein wird. Und ich hoffe natürlich auch, dass wir in irgendeiner Weise damit vielleicht mal wieder eine Ritterserie bekommen. Das wäre so der Startschuss. Wir haben ja schon die mittelalterliche Schmiede gehabt, die ich euch ja auch vorgestellt habe, die ich auch extrem cool fand. Auch mit den Rittern. Ich habe hier euch nochmal ein kurzes Bild reingepackt von dieser alten Burg, die quasi, an die dieses Creator Set so ein bisschen angelehnt werden soll. Mit diesem Fachwerk und den Farben und alles. Finde, die Burg werde ich mir auch irgendwann mal besorgen. Aber die liegt deutlich über 100 Euro. Und für 100 Euro, wenn ich die beiden Burgen halt vergleiche, würde ich natürlich eher die neue nehmen. Auch wenn ich ein Fan von diesen alten Burgen bin. Nichtsdestotrotz, was haltet ihr davon? Ich bin gehypt. Ich freue mich sehr darüber. Ich hoffe auch vor allen Dingen, dass es diese Ritter dann mal einzeln zu kaufen gibt bei Stein und Teil oder dass sie generell mal günstiger werden. Das wäre super. Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare. Und jetzt dauert es nicht mehr lange, dann bekommen wir endlich wieder eine Ritterburg offiziell auf den Markt. Ich bin gehypt.